Justin Bieber zwar eigentlich noch ein halber Teenager, doch hat schon bereits seit Jahren für seine gesamte Zukunft finanziell ausgesorgt. Natürlich ist er auch mit anderen Stars in Kontakt, nicht zuletzt mit Celina Gomez, mit der es aber nach bereits mehreren On-Off-Beziehungen nicht mehr so richtig laufen möchte. Der Bieber ist seitdem etwas aus seiner Rolle geflogen und verkörpert mal so gar nicht mehr, was sich auf seinem Bankkonto wirklich abspielt. Gleichzeitig hat er aber auch eine ernsthafte und tiefgründige Nachricht für seine Fans. Hey ihr da draußen, lasst euch nicht eine Sekunde lang von dem Glamour-Leben der Celebrities auf Instagram täuschen, ich verspreche euch, ihr Leben ist nicht besser als eures. Wenn jemand so etwas sagen kann, dann ohne Zweifel der Superstar, der bereits seit klein auf von Millionen Menschen auf der ganzen Welt bewundert wird. Da kommt ja tatsächlich mal etwas aus seinem Mund, was Hand und Fuß hat. Bis zum nächsten Mal. Come on Barbie, let's go party